Und herzlich willkommen zu den abendlichen Röhnchen Dead by Daylight mit dem guten Emo. Wir hatten gerade eine Einspielrunde, die, naja, mehr oder weniger gut lief. Wir hatten einen Ghostface, der war böse. Und Hallöchen Emo. Ja! Alles klar. Das war jetzt Intervesting. So. Ich hoffe, du bist ready. Ich bin's nicht. Da warte ich, ich brauche auch noch ein Twitterling raus. Hanging from der Harken mit exokussend R. Harken? Mhm, auch wo man Harken ohne R schreibt. Weil es halt so... Brain... Brain fuck. Mhm. Ja, weil die meisten denken halt, ich schreibe mal mit R. Ich bin einer davon. Ich denke auch immer, ich schreibe das mit R. Aber nö. Ja, ich auch. Ich auch. Egal wie oft ich das schreibe, ich sag immer... Immer mit R. Harken. Harken, ja genau. Ich heiße auch eigentlich Harken oder nicht? Nee, Harken. Harken hört sich so... Der Port on. Wie der Port. Ich habe kein Stream Elements. Warum habe ich Stream Elements? Äh. Irgendwas habe ich falsch eingestellt. Hanging from the Down Below. In the land down under. Land down under. Mäum. Unter Kaffee. Wie geht's dir? Wer möchte Kaffee? Achso. Ach, muss ich bei nebenbei... Warte, 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 warte. Ich bin ja ein Mod bei dir. Ja, Moment. So. Ist auch. Ist bei dir. Guck ich mir zu. Dann sollte ich hier vielleicht doch den Muss. So, aber nee, es geht. So. Ja, wie viel geht's auch ganz gut um dir, Melli. Ja, mir geht's fluchig. Super. Ich bin ganz geflufft. Glaube ich nicht. Bin ich kein Mod mehr bei dir? Doch. Äh? Warum? Äh? Warum? Alles gut. Ah, okay. Äh? Alles gut? Äh? 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 Bei mir mich jetzt nicht. Warum schaffe ich es eigentlich immer zu streamen? Weil mein Handy etwas leer ist. Dankeschön. Ich bin nicht mehr so nötig. Danke, der Kaffee. Was hat das denn jetzt? Das war ich. Das war ich. Das war ich. Vor allem das. Das klingt wie Titte. Ey, ja. Lass mal Seile kaufen und Killer ein bisschen hier fesseln. Bandage? Bondage, genau. Bondage, nicht Bandage. Bondage. Genau. Lass mal ein bisschen Bondage mit Killer machen. Ah, schön am Baum, weißt du. Oh Gott. Ja, am Baum. Aber fängt so, dass der Bauch nach unten zeigt. Die Arme und die Beine so schön am Rücken hoch, ne? Und diesen, ähm, wie heißen die? Diese, diese, diese Knebel mit dem, mit dem Ball. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ballgag? Genau. Es ist gruselig, dass du das weißt. Die, die in den Mund kommen, damit du... Wo bist denn du, Emo? Die, die, die in den Mund kommen, damit du nicht so weißt, ne? Ja, genau. Wenn du nicht sagst. I could have. Ne, das bist du nicht. Hei, 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 hei. Okay, er will keine Freundschaft. Hahaha. Nein, okay, er hat gesagt nein. Kannst du mal verraten, wer es ist? Ein Geist. Also ein, ein Glocki. Also eine Wraith. Okay, okay. Na, und er will keine... Und er will keine Scheier... Nein, Killer möchte mit einem Pichu eine Freundschaft. Die sind so klein. Doch, jeder Killer möchte mit dem Pichu eine Freundschaft. Eine Freundschaft, die zwei Sekunden hält. Hallo, wie denn zwei Sekunden? Ja, haben wir ja gesehen. Stieß vor ihm. Zack, zack, Haken. Danke. Ne, 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 ne. Weg von außen, hier. Ja, er war in mir. Ich bin gegen ihn gehen gelaufen. Er war in dir. Oder ich war in ihn. Ich werde geholt. Ich werde geholt. Okay, super. Ich habe ihn gestunnt und gespawnt. Er wird mich hassen. Mama. Er ist nicht mehr hinter mir. Also passt auf. Aua. Sögen. Le Tunnel. Le Sämpfe. Er macht Le Tunnel. Ah, ich weiß noch nicht, wie gesagt, aber heit heißen. Oh, heit heißen. Es ist so schlimm. Ich mache ein deutsch-englisch-stimm. Ich weiß nie, woher die Leute kommen. Ich komme aus, wo du als Regel einfühltest. Hier könnt ihr vielleicht mal die, die, die... Die Gents machen da hinten. Danke. Oh, das machen wir. Diese Yu-Yu-Ni. Ach, Peaches. Hör doch mal auf, du durch die Knallte. Könnt ihr mir mal sagen, ob... Ah, heil. Es war zu früh. Egal. Oh, ihr wart da hinten? Wir waren direkt da, wo du vorbeigelaufen bist. Entschuldigung. Ich habe Le Flashbang. Le Taschenknaller. Sag mal, hörst du dich jetzt mal auf? Also, kann mir jemand sagen, ob mir die zu laut ist? Entschuldigung. Ich wollte es nicht so laut sagen. Nee, weil ich weiß nicht, wie Leute ich dich angeschaut habe. Bei mir, du bist für mich sehr laut. Ja, ich habe gerade ein bisschen geschrieben, tut mir leid. Ja, Lightborn. Warum hat jeder Geist Lightborn? Fuck. Checkpalette ist ja schon weg. Shitfuck. Hey! Was denn? Ich bin halt überall hingelaufen. Ich weiß nicht, wo ich war. Aber ich habe zu früh gedannt. Das übt man noch mal. War ein Witz. Na ja, ich habe ihn gerade mit dem Knaller geblendet. Ich konnte ihn aber nicht mit der Taschenlampe blenden. Okay. Kommt jemand zu dir? Anna, Esser Gott. Beide an einem Gen. Alle an einem Gen. Jemand kommt, ja. Okay. Ich gehe weg. Okay. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Jetzt geh weg. Ich schluck auf. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? Du kleiner, blöder Spackengeist. Entschuldigung. Wo ist er denn hin? Er ist in der Main bei Klo. Ja, ich zieh's. Blödet. Nein, ihr verkauft. Er hat doch kein Lightborn. Getreten. Das ist schon optimal. Das ist mir sowas von egal. Aber wenn ich bei dir versuche es gar nicht. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, weil ich hätte um ihn herum... Ah, ja. Ja, er weiß, er weiß schon, dass ich hier bin. Danke, 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 danke. Lass den Genre für dich machen. Er kommt genau her, er kommt... Lauf, 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 lauf. Er geht für dich. Was, du glaubst gar nicht, wie sehr mir das jetzt gerade in den... Ich war stuck an einem Bild! Du weißt gar nicht, wie sehr mich das jetzt gerade in den Fingern juckt, einfach zu... Das ist kein... Dann mach doch. Nee. Wenn ich schon schlecht bin, dann mit Würde. Weißt du? So. So. Entschuldigung. Ja, wartet, da da da... Oder ich habe einfach nur falsch ge-da da da... Einzungen bei... Ähm, ist kein Prestiger. Hier, beibeermarkt. Das merkt man, der... Der wird... Der wird... Der haut auf daneben. Weil ich kann gerade einfach nicht spielen. Ich bin gerade einfach schlecht. ich wurde zweimal gejagt ja und daran jetzt so schlimm meine karriere steht soll ich darauf jetzt was antworten ja was für eine karriere die du nicht hast hallo dbd profi kieler moba also lauf e mon lauf lauf e mon So schlecht heute. Nice, le tunnel. Na, ob das so nice ist? Ich glaub's nicht. Also er ist nicht hinter ihr her. Okay. Oh mein God. Er will dich, oder? Ja, auf jeden. Warum? Ich frag nicht. Das ist schlecht. Ich kenn die Paletten auf dieser Map nicht. Nee. Das ist eine. Alter. Und die läuft im Haus rum und sucht nach nem Jen. Die hat in nem Haus einen Jen gefunden und macht den jetzt. Ah, siehste. Aber er läuft ja doch nicht weiter her, oder? Aber er läuft ja doch nicht weiter her, oder? Was macht sie denn? Warum macht sie denn kein Jen? Die steht da und guckt dich dumm an. Und jetzt versteckt sie sich in nem Locker. Alter. Nein, ich fahr doch runter. Und der. Also irgendwie die... Ach Quatsch. Wir können's einfach nur nicht mehr. Ich konnte es noch nie. Doch. Lass die Nase von dem Glas. Vielen Dank. Du Schniffer. Und du Schnüffelter. Ach jetzt. Das ist heute eine Schnüffelter. Lass mal Profil angucken. Oh, ich hab gemessen. Warum nur? Mhm. Du mich auch. Nee, weil ich ihn die ganze Zeit gejagt hab. Weil er mich die ganze Zeit gejagt hat. Ach was? Hallo? Grüßtl. Deutsch. 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 Ne Deutsch. Geppwötchen! Hallo? Geppwötchen? 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 Da haben keine Pfoten! Doch! Heilige Pfötchen. Naaaaan! Der hat Pfötchen. Geppwötchen? Pfotenname Hunde. Hehehehe. Hund? Hund? Hund. Hunde. Hunde. Ja, ich bin Prestige 16. Wow! kommst du langsam immer näher hallo das gibt hat sie das kannst du ich weiß dass du das kannst ha ha danke gibt fötchen das ist ja ein stream für dead by daylight und kein katzen unterhaltung was gibt fötchen zum kleinen pichu hallo lustbarsch aber du hast gesagt hallo lustbarsch und danach hat man kein wort mehr verstanden hallo lustbarsch warum gibst du pfötchen einem kleinen pichu du hast doch du hast doch keine pfötchen die pflosche die pflosse genosse genau ist so ein animal crossing spruch was gibt flosse genosse das wäre so ein denn das wäre aber so ein animal crossing spruch das würde so das würde so ganz was hat hier sagen was hast du für einen rang 1 gibt flosse zu pichu genosse jetzt habt ihr so umgefallen und nicht die wird man mit dir schimpfen das borsche ich habe ihm vorhin erzählt dass du vormaskel muss ich will wie wir unsere idee ist killer mit bondage zu machen machst du mit wie geht's dir und meinem bondage demo geht's fluffig und hoffe dir auch gib nase katze genau die gibt zunge ich brauche den pebble perk aber dafür müssen wir den survivor holen den pebble perk ich bin ja noch nicht mal richtig wach zum stänkern dann fängst du schon mal mit an ich glaube ich muss die musik ausmachen ich glaube dass da konzentriere ich mich zu sehr auf die musik im start auf das spiel keine musik hören das sagt derjenige der ständig musik gehört gehört tue ich gerade gar nicht im stream gib fleischwand du mich auch du bist so böse meine sagen wir mal die version adam francis sag mal geht's dir gut also nicht nicht du meine katze dreht gerade durch die gräbt sich gerade durch mein so farb des maschiner das gras grab sie gräbt sich schon mal ihr grab durchs sofa durch alles klar erst mal wieder hinlegen ich bin doch schon ich liege schon leg dich hin da 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 ich würde mich aber lieber aus anderen gründen hinlegen bist du schon wieder müde? nee ach du bist so eklig ich habe ein nickerchen gemacht ich bin nicht müde ja ja peaches was machst du denn hier hinter mir? ist das so genehm für die heilige? okay das ist genehm zieh dich aus leg dich hin ich muss mit dir reden ähm müssen wir das jetzt machen? ja will ich los? nee doch nicht doch nicht im stream hallo stimmt nicht trotzdem nicht im stream naja du kannst auch auf einer anderen seite streamen auf ähm auf ähm na wie heiße Pornhub, Chatterbilt, Onlyfans genau, Onlyfans wie heißt er? only p2 also Pornhub, Chatterbilt, nutzen Fans, die kannst du nutzen? le hundress mit ne Hexperk ja ich höre sie schon ich bin nur die Hexperk her ich bin nämlich direkt nach Spawn Pass auf, vielleicht ist es Haunted Grounds. Null Haunted Grounds. Jetzt raffert es aus. Ich bin kein Only Pichu. Los, boah, ich wäre der Erste, der zappen tut. Wenn ich sage so, mit Onlyfans, wenn du, wenn du, wie hat dir eine Person das gesagt? Wenn du einen attraktiven Körper hast, kannst du in einem Monat bis zu 100k verdienen. Meinst du Amora, Amora, Amorant, die? Eine Ahnung, weiß ich. Die gesagt hat, ihr Mann würde angeblich sie dazu zwingen und jetzt macht sie trotzdem weiter. Das nicht. Wieder nicht. Ich rede von einer, die hat Onlyfans angefangen, in dem ersten Monat hat sie über 100.000 gemacht. Die Amo-Tussi ist aber doch nicht hübsch. Sie war mal hübsch, bevor sie sich da unter die ganzen Sachen unterzogen hat. Guck mich an, ich bin auch nicht hübsch und ich habe irgendwann vor, einen Facecam-Stream zu machen, wie ich einen Made-Dress trage. Das wird mein erster Stream sein, wenn ich einen PC habe. Das wird mein erster Stream, das wird auch ein 12-Stunden-Stream. Ein 12-Stunden-Stream, wo ich eine Made-Dress rumlaufe. Oh, da kannst du ja gleich Tupperware bumsen, ist auch nur Plastik, Alter. Katja. K. Also, los, Barsch, ne? Sehr schlampiger Schlachter. Sie hat eine Pannette getreten. Die geht, ne, Main, ne, Main-Halle. Aue! Sag mal, bist du denn bescheuert, du Börde? Schnäppe? Haha! Was heißt Schnäppe? Was heißt Schnäppe? Schnäppe. Schnäppe war... Ich weiß doch nicht, irgendein Tier, ich bin mir doch nicht mehr sicher. Schrei aus der Seele, du dumm Schlamm. Guck mal, nimm den Beispiel an mir. Aaaaaah! Sag's einfach, wie's ist. Wow! Schrei aus der Seele, du dumm Schlamm. Und dann habe ich letztens das O-In Overwatch gemacht. Ich bin da rumgerannt in den G-Als-Roll und sie haben einfach nur geschriegt. Komm her, du Schlamm! Und dann passiert die G-Als-Roll und die gehen dann direkt gehst. Könnt ihr mal bitte mal einen Gen fertig machen? Ich habe einen gemacht. Ja. Nee, da waren... Ich will geschäftige grad die Handwurst. Aua, das war zu früh. Schau mal, wenn du gehängt ist, wenn du wachst. Jetzt! Achtung! Achtung, sie geht hoch! Achtung, sie geht hoch! Ja, ich bin hier, guck mal, wo ich bin. Ach, da bist du, okay. Aber da ist sie mir sicher, wenn sie irgendwas kaputt macht oder Jen kommt. Außerdem kommt keiner zu mir. Ja, ich kann nicht, wenn ich da bin, bist du zur zweite Stage. Ja, die, die jetzt gerade den Jen gemacht hat, kommt eventuell zu mir. Was tritt die da alles? Weiß ich nicht. Die geht wieder runter. Jaja, soll sie machen. Hi Meg. Meg hatte doch gerade noch einen anderen Haarstyle oder nicht, what the fuck? Meg hatte gerade noch diesen Cut, wo sie die Haare noch an der, hier, wie heißt das? Ne, das ist die, das ist die andere. Jetzt hat es ein Pferdeschranz. Oh, scheiße, sie kommt. Okay, Melly bringt Killerin zum Kommen. Aua! Jaaaa! Was? Ich hänge gleich wieder. Scheiß Thunder. Aua! Du Schlampe! Was? Du Schlampe! Ja, das muss aber schreien, aus der Seele. Jetzt sehe ich, ich sehe euch nicht, ich sehe gerade wo ihr seid. Das ist unter was zu. Le hinter dir. Le hinter mir, wo denn? Jetzt bin ich le hinter dir rechts. Ah, du Killerschlampe. Oha. Le, lass den Quatsch, genau. Le, Dämpel. Le, lass den Quatsch. Nach was wirfst du mal an? Nach Ungarn oder was? Aber hast du jetzt mal die Folge endlich mal gesehen? Das war's. Oui, oui. Einen Krabbenbürger, Monsieur. Zuerst die Bülette. Dann die Süddaten. Le, Dämpel. Ja, das ist richtig scheiß Internet. Ja, und anstatt dass die, die die gerade da hockt, die hätte, äh, komm, die hätte mich längst holen können. Okay, Sayonara, aber schön mit euch. Danke fürs Nichtretten, ihr Bürgern. Säcke. Also nicht, ich mein, ich mein dich nicht immer, ich mein die anderen zwei. Ich würde sagen, ich kann nicht mal rennen. Nein, du warst das nicht. Die anderen zwei, die eine hat lieber den, den, das Totem da weggemacht. Blöde Schnalle, ey. Die Mech war das übrigens. Deswegen spiele ich mit, nicht mit Leuten gerne, die Mech spielen. Oder du, weil deine Mech ist sozial, die andere nicht. Jägerin hat keinen Perspektiv. Ja, zu killern bin ich A-sozial. Ja, er ist an der Griffe, ist ein neuer Killer. Ja, er hat keinen Perspektiv. Oh, jetzt kann ich nicht zuschauen, ich deb. Doch, ich kann bei dir zuschauen. Doch, du kannst, genau. Ich kann in Time-Stream zuschauen. Ah, sie lässt mich liegen, weil hier keine Haken in der Nähe ist. Uh, ich krabbel wieder in die Richtung, wo kein Haken ist. Bitch. Get fucking wrecked. Ich habe, ähm, eingelöst und lustig. Meine Schwester hat sich wahrscheinlich den kranke Katze andrehen lassen. Wird jetzt gerade in den nächsten paar Minuten geklärt, was mit der Katze jetzt passiert. Tod durch Amboss. Was? Tod durch Amboss. Was? So ausser Tod durch Amboss. Meg bewegt einander, schau mich. Pass mich an. Ähm, hallo? Ich denke, du lässt dich nur von Vittorio anfassen. Von dem lasse ich mich unsittlich berühren. Ach so. Au. Au. Nein, die hat jetzt gesagt, ihr tut das Mittag. Vor allem, weil die erst gesagt hat, die eine, sie schenkt dir die Katze. Und, ähm, jetzt möchtest du doch eine Schutzgebühr haben. Und dann sind jetzt gerade, ist Emily jetzt am klären, was du da macht. Na, bin ich aber gespannt. Warum fängst du Jane denn an, wenn er oben fast fertig war? Ich verstehe die Meg echt nicht. Man sagt ja, die Meg ist voll komisch. Ich verstehe die Mäsch. Flöhe Sämpföl. Flöhe Lassenkott. Und ich kannst anhocken gehen. So, Emo. Und ich kann ab morgen, kann ich anfangen Vittorio zu zeichnen. denn vittorio und meck gedöhnt ich wollte fragen was man merkt aber du guckst da nicht zu leider nicht ich hab's verpennt ich sollte mich nicht hier befinden was was muss schon 5 muss 5 uhr schon raus danke du scheiß anti-made immer wichs knabe ich wollte gerade fragen warum aber jetzt hat man ja kann wieder ein jahr deswegen gibt es ja morgen kein terrarium und am freitag auch nicht eventuell auch ein paar minuten früher wenn ich schon da macht man dann macht aber einen schönen mittagsschliefchen so hat sie dich wirklich allein gelassen ja die ist rausgegangen die tschüss sind nicht mehr offen wo geht ja nicht weil autos und später abholen auch da machst du wenn du zu hause bist irgendwie ein bobo was sein anti-made alter gleiches marie also ihr lieben imo hat es nicht geschafft weil der andere einfach rausgegangen ist mache ich einen abendbubu jeder macht einen abendbubu aber das ist doch kannst du morgen nicht irgendwie mal die möglichkeit sobald du wieder zu hause bist nachdem du am mittag fährst du bringst das auto ja weg und dazwischen kannst du doch mal ein boobu machen oder noch ein boobu ach ja jetzt bin ich auch so rausgegangen super hause um imo hause um ich meine es meistens auch immer die hohen prostitie die so behindert sind ja also wenn ich nichts essen mag dann habe ich bestimmt zeit für einen power nap ach ja nee 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 du salz abermampfen was ist dieses power nap ich kann nur zehn stunden lang schlafen power nap ist ich glaube eine halbe stunde ich will eine halbe stunde die aufstehen trotz wecker doch wenn lustbarsch auf dich drauf pullert dann bist du definitiv was denn ist einfach fakt nicht ist einfach fakt und er sagt jay pullern ja das könnt ihr beiden ja gerne machen wenn ihr darauf steht an pullern an pullern wenn ihr das macht behaltet das bitte für euch ich möchte da ungerne mitmachen ich verstehe gar nicht warum darum wenn wir nicht so ein kink auf pisse ach sa was ihr da macht nein danke ja ja ich brauche adrenalin also eben wenn du auf eine qualle läuft puller puller ich dich gern an um dir den schmerz zu nehmen ich verzichte ja vor allem noch so schön warm weißt du ich glaube ich brech gleich du hast damit angefangen vorher schön spargel essen ja und wenn du sparrer ist richter puller davon der urin davon also lustbars ich kaufte extra ich kaufte ja drei kilo Schön mit Soße, Hollandaise, Kartoffeln und Schnitzel dazu. Das ist geil. Ja, schön mit Spargel, Kartoffeln und Soße und Schnitzel. Mit Blumenkohl. Blumenkohl und Soße Hollandaise. Oh, das ist so. Und Kartoffeln. Und ein Schnitzel dazu. Kartoffelsalat. Nein, nicht Kartoffelsalat. Nur Kartoffeln, gekochte Kartoffeln. Also wenn der Puller nach Spargeliecht würde, würde ich mir gedanken. Ich meinte den Urin. Mann, 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 Mann. Der Wässer, Wässer, Wässer? Naja, ihr könnt euch da ja gegenseitig anpinkeln, aber nee, danke. Emo möchte auch angepinkelt werden. Das ist ein Moori. Richtig nicht. Ich kann jedoch sehr gerne zugucken, wenn ihr das wollt. Nee, danke. Warum denn uns immer? Was ist denn los mit dir? Hast du ein Lustbarsch-Pichu-Syndrom oder was? Nee, ihr wollt mich doch anpinkeln. Ich verzichte. Ich wollte dich nicht anpinkeln. Das wollte Lustbarsch tun. Ja, und ich verzichte. Also würde ich lieber zugucken, als angepullert werden. Also Lustbarsch, drehe ich mal auf eine, auf eine Qualle, darfst du das gerne tun. Hä? Was denn, wenn die Schmerzen dadurch weggehen, gegen Quallen, auf Quallen treten, soll wohl sehr schmerzhaft sein. Ich mag Schmerzen. Du bist auch nicht mehr ganz sauber. Nein, ich hab'n leichten, masochistische Adern. Aber nur, nur ne Leiste. Ist bestimmt ein schönes Pauspiel, wenn ein Bar sich über ein Pichu hermacht. Oh Gott. Ja, und das wird dann ein Flunschlik. Jo. Ich sage dir, es ist... Nein, ein Pichu mit Schwanzflossen. Ja, es ist, nein, es wird ein Flunschlik. Pichu mit Schwanzflossen. Ich sage dir, es ist ein Meyers. Le Rostface. Könnt ihr mal was machen? Guck mal, ich sitz schon an einem Gen. Ich bin's doch noch. Alter. Es tut mir leid. Dieses Geräusch und dann läuft da so'n Ding durch meine Kamera. Alter, wie ich gezuckt habe. Da hat sich nass gemacht. nass gemacht. Ich hab' den Controller einfach fein gelassen. Ja, da hat sich definitiv nass gemacht, lustbar. Definitiv. Alter, ich hab'n richtigen Krampf im Bauch bekommen. Ey. Tut mir leid. Ich hab' den Spitzen. Aua. Ui, jemine. Einer ist schreckend. Mit Heartbeat. Mit Heartbeat. Warte mal, bleib mal da stehen. Ey. Sag mal, bist du Depp? Depp? Ich bin Johnny Depp. Ila, Schlüssel. Hier ist ein Gen Emo. Ich will kein Gen, ich will auf Kisten. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Doch hab' ich also gehört. Kartoffelsalat. Oh mein Gott. Stopp, stopp. Oh mein Gott, ich hab' mir grad' in die Hose gemacht. Bashi, auflecken gehen. Oh. Oh Gott, will die mich eigentlich veräppeln? Naja, jetzt bin ich so, weitere Gedanken daran gebe, in dieses Anpingeln-Thema. Nein! Ich folge. Ach Scheiße. Windelfeuchttücher und Popopuder holen. Oh Gott. Ja, ich mein... Alter. Ich brauch' eine neue Flauschewindel. Kannst du noch Danke sagen, ich hab' den Hook dann so betätzt, sodass die Wetter weg muss. Ja, ich danke dir. Du hattest trotzdem nicht geschafft. Oh Gott. Hat der einen an den Griff oder was? Ich geh' mal von aus. Huch? Ich stehe unten rechts als Symbol. Und wenn der Balken dann rot ist. Aber da hab' ich jetzt gar nicht hingeguckt. Ähm, ich bin in der Wand drin. Okay. Interessant. Aber ich seh' euch nicht. Das ist interessant. Krieg' ich dann schon die Schlafwindel an, los Barsch? Und mich kommt keiner holen. Och Leute, was seid denn ihr für kackteammates? Also nicht du, Emot, sondern die anderen zwei. Nein! Oh, Drexie. Was ist die sexy Bedtimewindel? Genau die. Okay. Ich möchte die anderen zwei jetzt einfach nur anschreien. Mach' ich gleich. Moment, los vor. Batsch. Oh mein Gott. So. Mein Herz. Entschuldigung, ich wollte dich wieder schrecken. Sorry. Also das war wirklich keine Absicht, ne? Hoi. Wirst du mal möchtest eine laute Warnung, wenn du an mir vorbeigehst? Ja, ist ja okay. Aber das sah so gut aus. Außerdem hat Luzbarsch gesagt, dass ich das machen soll. Das war ein Witz. Ne, war ein Witz. War ein Witz. Glocke um den Hals. Genau, ein Pichu-Glöckchen. Was? Ich nehm' einen Halsband oder einen Joker. Hallo? Was denn? Wenn du ein Glöckchen bekommst, will ich auch was. Nein, kriegst du nicht. Du kriegst kein Glöckchen. Ich will auch kein Glöckchen. Ich will entweder einen Halsband oder einen Joker. Nein, kriegst du nicht. Vergiss es. Das gibt's nicht. Nein! Hol' ich dir ein Metallhalsband. Hallo? Komm, deine Kette, sonst schleif ich dich durch die Gegend. Ja, genau. Oh, okay. Und du rauskommst, wenn ich deinem Pichu relativ großen Kopf hat. Na, dein Körper könnte ein Problem werden, aber egal. Toll. Hol' ich eins in deine Halsgröße. Hallo? Sag mal. Pichu-Sklave. Ich bin Hallo? Was ist denn? Sklaven-Pichu. Ich geb dir gleich mal Sklaven-Pichu. Ich glaub, es hackt. Dann gib mir eins. Ich geh... Hallo? Was denn? Jen-Jen-Jen-Jen Sklave. Oder... Oder ich... 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 Ich send dich in deiner Trainingslager. Sklaven-Pichu. Klingt interessant. Hallo? Na ja, wer was... Es gibt Sklaven-Training. Ist ein King. Also, wer doch was für euch. Hallo? Hehehe. Was denn? Ich hab da auch noch ein Wörtchen mit... Und das... Das, was ich von euch wissen möchte, ist von beiden ein BDSM-Test. Ist... Ich geh jetzt schlafen. Gute Nacht. Haha. Gär... Das, ich glaube, ich... 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 Bääääääää. Mann. Ich glaube, ich sollte noch ein Wort haben von meinem, dir und ich mal hatte... immer Farbe. Oder es könnte... Aha. Tell me more. ich mache den jetzt hier und jetzt in der party nein ich lese da nicht vor sagen wir meine ergebnisse durchgeknallt total dead und lösen ganz kurze frage an euch was hat er noch gequält irgendwas nicht gutes was denkst du ich will es gar nicht wissen wenn ich ehrlich bin dann lass es pink fluffy unicorns russisch und spielen nicht in einer gruppe bist du müde los ich habe mich gerade erschrocken dann geh doch ins bett alter emo ja ich gehe nämlich hier wild wie das wild lust barsch ich habe dir gerade was geschickt was wunderschönes total niedliches ist total knuffig finde ich ja da wird wahrscheinlich mit nichts anfangen können aber ich ich habe es nicht bestellt ich wollte sie nur zeigen ich habe es nicht bestellt ich wollte sie nur zeigen warte ich schick's dir ja schon ich habe da reicht ein gurkenglas hallo aber kurken gläser sind nicht also esse ich keine gurken also nicht diese gurken die frage die frage ich gleich weiter wenn du musst auf mein chat du bist jetzt chat pichu das sieht doch eh nicht im chat ich mal den lassen menschen ist es auch putzig außerdem darf ich bestimmte stifte nicht hinstellen die müssen geliebend gelagert wird und gehen die kaputt und die waren teuer wo man stream ja mehr kommt nicht mit dem kopf wer ist es dann eben also ich weiß nicht was es ist ich sehe es nämlich nicht als es wieder eine größte die so einige stifte reichen da nicht finger farben ich gebe dir gleich mal finger farben hey hast du dich mit ihm angefreundet im may or may not be ich folg dir ich folg dir du bist schnell bestehen hallo ich folg dir ich folg dir ich folg dir folg dir ich folg dir ich folg dir nicht ich gehe schon ich knall mich jetzt in alles klar los baston schlaf schön und träume schöne folge pass auf er geht in diese richtung wo der jen angegangen ist findet noch ein wunderschönen abend dankeschön du spars schlaf schön und träume was schönes guten aft melde mich dann morgen kein stress ist der jetzt lieb oder nicht zu mir soll ich habe mich nur einmal gehauen damit ich weggehe ich bin exposed als starstruck ja ich bin auch gerade exposed du bist doppel exposed hinabde mich ein wunderschön Oh, oh. Oh, sorry. Aua. Komm her, Meli, ich heil dich. Wo bist du denn? Da, wo du an uns vorbeigerannt bist. Ich glaube, der Jenna gegangen ist. Hallo! Warum ist denn der so böse zu mir? Wird dich auch heilen, ne? Nein. Ghostface ist nicht Pichu mögen. Hinter dir, pass auf. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hey, wo denn? Hey, hat sich doch was bewegt? Ah, am Keller. Am Kärnten. Lassen wir die beiden allein, okay? Fün. Ah, das ist doch. Ah, das ist doch. Was machst du denn mit denen da unten? Emo. Spaß haben. Ja, ich seh's. Ich mach's tolls auf. Ja. Pass auf, ist unterwegs. Oh mein Ernst, sowas von Noet. Oh mein Ernst, sowas von Noet. Guck ihn dir an, wie schnell er rast. Aua. Oder auch nicht. Er ist aber trotzdem sehr gerast. Ja. 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 Der JungHereawak, Fernando Waruck, Na was hat er denn gehabt? Anerregung, also noch вз scholars, heimtürkisch, gruppi, Okay. Nein! Ich finde romantische Aspekte in einer Beziehung viel mehr wichtiger als das Sein oder King gegen. Es kommt aber noch an. Was? Spiders. Nächsten. Ego? Nein. Nein. Vielleicht. Ja. Ja. Nein. Eventuell. Vielleicht. Kann es sein. Jopo. Machst du jetzt gerade einen Persönlichkeitstest oder was? Nein. Ich mach dir jetzt gerade einen Stream. Vielleicht kann ich auch die Fragen vorlesen. Nein, bitte nicht. Weil ich es nicht wissen will, was du da antwortest. Ich lese dir die Fragen vor, nicht die Antworten. Ich will es trotzdem nicht wissen. Es gibt einfach Sachen, die ich nicht über dich wissen will. Nein. 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 Es gibt einfach solche Sachen, die ich nicht über dich wissen will. Es gibt einfach solche Sachen, die ich nicht über dich wissen will. Und sowas zählt definitiv mit dazu. Schöne. Es gibt ja auch das nicht überrascht. Ja. 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 Ich hab ja die Aufgaben fertig gemacht. Ups. Ah, schön. Hallo Lichti, willkommen im Stream. Du hast gerade Lust, Barsch-Papa, der ist gerade ins Bett. Yes. Irgendwie ist heute dein Hintergrund raus in Zellar. Welches Hintergrund raus? Emo, hörst du einen Hintergrund rauschen bei mir? Ich hör einen Brummen bei dir. Oh, Larrys, wir gehen nach Larrys. Es sind Ghostface, Meyers oder eine Nurse. Wie denn ein Brummen? Was ist denn los bei euch? Das ist dein Headset. Wartet mal. Das ist ein Brummen im Hintergrund. Das heißt, dass das Mikrofon bald die Kette macht. So, ist es jetzt besser? Hm. Sobald du redest und danach brummt du es kurz. Hä, was ist denn bei euch, Frau Schwarzmann? Ist auf Dauer senden. Also, sorry ihr Lieben, ich guck grad im Stream und da ist nix mit Brummen. Also, ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ja, das hört man in der Party nur. Und dann kannst du ausgehen, dass das Mikrofon bald stirbt. Na, dann geht's halt kaputt. Aber ist es schlimm oder geht es? Es geht, es ist noch leicht. Es geht manchmal, dass wenn wirklich kurz vor knapp das Mikrofon kaputt geht, ist das richtig laut. Dann hast du da wirklich, wenn du redest, hast du da so'n... Sag mal, bist du denn doof? ich kann es wieder nicht sehen wer es ist da ist ein stealth killer meyers wahrscheinlich das ist ein maier aus leila mad cad deswegen liebe ich dieses perk es ist lemmeyer was lüpf mich aus was was hat ich hab was der hat mich ausgelutscht und ist weggegangen weil ich ihm mein Lopper hingelegt habe er mag mich Arap viel Spaß mit den Konsequenzen wenn ihr stirbt ist es meine Schuld aber egal kack auf teammates auch in dem der 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 dreimal cent drehten lassen und let's go meins ich habe lilan ist dass mich mit deinem entschuldigung ist dann sind gut genug war ja 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 na ja immer diese maids die immer auf dem boden liegen ich sollte da ganz still sein du auf jeden ich auch ich lieg auch so auf dem auf dem boden hier skizzenbuch querformat oder hochformat skizzenbuch hochformat oder querformat wie warum hoch oder querformat sagt man kann ich entscheiden lass dich aus die box ja das war keine absicht das ist gruselig er will gucken komm her ich lasse mich gerade gucken ziehen jetzt du warum willst du dich jetzt auf dem zweiten hoch hauen lassen warum warum nicht wer weiß es schon warum mache ich denn immer einen backflip das ist ja cool aus sein style beim sterben da denkt sich auch was für bescheuert wie bescheuert sind die zwei eigentlich das erste mal ich mich noch befreunden muss ist zwillinge und habe ich schon weil ich den komplett gemobbt haben und weil er nett war da war doch gerade noch nicht machen konnte nicht die hoch oder querformat ich hatte doch schon gesagt ja ich frage es richtig ich frage euch beide das ist akzeptabel richtig bekommt muss man noch was dann beim pt problem alles klar viel spaß jetzt wieder abgeflacht er ist nicht mehr geil aber es ist schon mal toll sucht den eigenen gen aber ich müsste dann noch einsam mit jemanden machen deswegen dankeschön das creepy könntest du mal hallo der guckt schon weg siehst du ja er hat aufgemacht so freundet man sich mit dem was du hast gesagt querformat hast du gesagt ne quer so freundet man sich mit einem meyer gibt daumen nach oben warum nicht bringen die kälte um die luke gerade ein bisschen so jetzt geht der test weiter genau machen wir den test ich guck mal kurz was das geht doch raus der hat keinen bock auf dich der steht nicht auf blond der macht gerade einen moonwalk guck mal muss mal gucken bei mir da kann man mal wie die an Okay. Aua. Und? Nochmal. Genau. So, Geiselhagen und Krüster schreien. Ich bin ganz Ohr, History und Ausbruch. So, du willst einen Screenshot wahrscheinlich, denke ich mal, ne? Nein, will ich nicht. Ich will es nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen. Warum? Das ist das, was du schon weißt über mich. Ach, das ist bezweifle ich. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Schmiede, also eine Akt für die Hand. Was? Wer das hier ständig wehnt? Nichts mit Dissen. So, ich habe Dissen verstanden. Entschuldigung. Ich lasse einige Antworten raus. Warum? Darum, weil das die 0%igen sind, wo ich keine Prozente habe. Zum Beispiel die Ageplay. Oder Sklave. Weil ich sowas nicht mache. Weil ich... Eeeh. Es geht 3 Chases. Vergleich. Moment, ich gucke gleich. Ich gucke eben, dass mein Blutpunkt auskommt. Okay. Heute habe ich kein Dead Hard ausnahmsweise. Also für drei Runden. Einfach eine Runde, wenn ich es schaffe in einer Runde. Dead Hard, ist tut mir leid, aber du kommst weg. Leid. Was ist mit Gehlo? Leid. Äh, Aufgabe. Ohne Dead Hard spielst du jetzt. Ja, ich könnte der Dead Hard reinmachen, aber es würde mir nix bringen. Weil Doppel-Exhaustion-Perk. Ich bin... Dann hätte ich drei Exhaustion-Perks. Weil ich hätte... So, was hast du mir jetzt geschickt? Ich hoffe, du weißt, was die Sachen heißen, sonst übersetze ich sie dir. Oh mein Gott. Was ist denn? Oh mein Gott. Ich bin endlich Bronze 4. Ich bin Bronze 3, Frotsche 2. Ach lecker. Ich gucke euch wieder. Ich gucke euch wieder. Ich gucke euch wieder. Wummm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah ja. 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 Da stand halt gerade alles drinne. Woher, wie alt, der Name, wann der Geburtstag ist. Tja, jeder hat einen anderen Knall. Leute, die nicht mal wissen, wie alt ich bin, wer dann noch wie ich heiße? Doch, ich weiß es. Du weißt, wie ich heiße? Ja. Aber über dein Alter schweigst du nach wie vor. Ja, dann soll das so bleiben. Hm, ne. Doch. Hm, ne. Doch. Wow. Wie alt. Bla, 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 bla. Spielst du dann später wieder Overwatch? Ich muss morgen arbeiten. Ach, stimmt doch. Ja, du kannst, ich weiß ja nicht, wie lange du dann heute noch DPD mitbezockst. Genau. Mhm. Dann stimmt er sagt 9 Uhr. Mhm. Okay. Ja, aber ich mach wahrscheinlich länger. Ja, aber ich mach wahrscheinlich länger. Komm immer auf die Runden an. No. Ich weiß, ich muss gejagt werden und entkommen. Basement ist Shaq. Shaq ist Basement. Fuck! Was? Einfach drei Meggels. Let me go. Was? 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 Das ist der Killer, Mann. Wie ist der Killer, Mann. Dieser Killer, Mann. ich kenne die chase musik ich komme nicht auf den killer dann ist es wenn es ist ja es ist ein kleines nämlich hier kürschrot ist jetzt blau was kürschrot ist blau lezombie lassen sie mein orsch hinüber ja komm das ist assi wenn mich hier nicht raus lässt ich habe den jen gekillt wollte ich gerade sagen und daher unter einsatz meines lebens ja ich glaube dass man ein löffel modeller mund der gedanke sich jetzt mit teller in den hals zu stoppen und es holt mich wieder keiner leute ich bin auch unterwegs nein da kommt ein zombie okay lauf ha get you bitch äh aua stimmt ich habe ja gar keine aus ich spiele mit meinem leben ich glaube ich habe gerade aus das dingetie weg weil ich mich einfach vor der peitsche gedruckt habe wir müssen gleich lang erodern ja cuz ja wir müssen lesb so kürz ja wirklich nicht kor Was denn? Hat er erupt schon oder was? Ja, sobald du lieg, macht's boof. Dann fahrst du den Gendor wieder an. Nee. Wie nee? Warum nicht? NOM! 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 Oh, mein Gott! Bye! Nein, ich kann mich nicht selber einfallen, als du das jetzt denkst. Nein, geh ich auch nicht von aus. Nein, ich lass mich jetzt kummeln. Das ist nicht so optimal, oder? Und ich flieg, 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 wie ein Flieger. Ich kenn die Lyrics nicht. Melli hilf mir aus. Warum denn ich? Warum? Du musst sowas nicht kennen. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger. Keine Ahnung. Ich werde mir natürlich gleich anstreben, wenn das so weitergeht. In kleine Scheiben muss man sich schneiden. Verkauft es der Lord. Mit Essig und Öl. Und keine Ahnung. Ich habe gerade keine Lyrics im Kopf. Da liegt ein Mälchen. Ein Mälchen. Mälchen. Oh. Ich habe einen neuen Spitznamen für dich. Nein. Nein, okay. Ich habe keinen neuen Spitznamen für dich. Ah, halt die Klappe. Ich bin unterwegs. Ja, bin ein bisschen schneller. Aua. Jo, da hat mich ein Versuch. Little Mellow hat mich zu retten. Und wurde umdellhauen. Wow. Hallo. Das habe ich gemacht, falls er sich umdreht, weißt du. Ach so. Warum hast du ihn in seinem Mälchen? Dein Madpack geben. Hab ich nicht. Ich musste mich ja irgendwie... Du bist dann da auf dem Boden. Weil es leer ist. Bude wie ein Schwein. kleinen Schwein. Ich wollte dich nicht zu sch��. Ich muss ja nicht die sch ranked. W Brabe. Der versteckt auch von mir. Krieg euch in passed his komma! Die Mundschaft nicht initiatives digestion. Mach es gut. Das wird drin. aus bis zum kartoffelsalat den schlag habe ich verdient okay hätte ich das hätte ich daran können sofort zugeschlagen okay oder weil er weiß ich gleich habe weil er es gesehen hat ich hole dich ich würde ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme halte durch alle durch alle durch habe ich halt schon durch ich habe den mech hinter dem durch dich heilen natürlich ich habe keine heilung dann komm her genau hier möchte ich gehalt werden warum dort wenn du beim stream gucken siehst warum du gerade im baum knutscht achten ich hab da nicht gesehen Du Spacken! Los komm her! Los, hallo! Los, komm her! Ist doch nicht besser, du bist auch gar nicht tot. Ja ist doch egal, los komm her! Doch, ich habe mich geopfert, um Emo zu retten. Nein doch nicht! Der will nicht! Ja, ich weiß, dass der dich will, ich seh's! Der kriegt dich aber nicht! Guck mal, jetzt, ich absoome. Los, geh weg! Die soll jetzt einfach nen scheiß Jen machen, das geht mir ja mal richtig auf den Senkel. Ja, die ist irgendwie, keine Ahnung, die war bei nem Jen und jetzt irgendwie nicht mehr und jetzt irgendwie ja doch und irgendwie ja nein. Wie ist denn das hier? Och, Leute! Oh, er weiß natürlich, dass ich direkt hier bin. Super. Ja, wie oft wollt ihr mir denn das noch? Na klar. Och, Leute, hört doch auf mit dem Scheiß. Nein! Jetzt macht's dann schon, ähm... Ach, Emo! Was machst du denn? Ach, Emo! Was machst du denn? Ja, wir haben deine Meldung erhalten, schön für euch. Meldung? Ja, ich hab schon wieder so blöde Bots hier, oder beziehungsweise, ähm... Ja, ich krieg so, ich hab jetzt letztens erst auf dem Discord gekriegt. Ja, ich sehe, du streamst und ich hab schon, ich hab früher auch gestreamt, der hatte irgendwie 15.000 Follower und möchtest du nicht auf den Discord kommen, dann hab ich, der war bei uns auf dem alten, auf dem neuen Discord, dann hab ich den gelöscht, hab den aus dem Discord rausgeworfen und jetzt hab ich grad diese Nachricht nochmal von meinem Anders bekommen. Da habe ich mal. Oh, das Federmütten ist cool. Ja, aber wenn ich mir das hole, krieg ich Ärger von meinem Schnuffel. Hallo, wenn der bei mir einsteht, weißt du sowieso. Dann versteckst du's irgendwo. Ja, na klar. Na klar. Oder setz dich drauf, was auch immer. Setz dich drauf. Das ist toll, ne, ich wei. Ich will haben. Ich auch. Dann kauf's dir. Oh, gelbe Glühlen, die meinen Fokus testen. Was hab ich hier eigentlich für ne Aufgabe? Weiß ich ja net. Rette Überlebende vom Haken. Ah, ok. Immer noch? Mittlerweile hab ich schon vier Aufgaben fertig. Ja, schön für dich. Und hab wieder 90.000 Blutpunkte. Hier ist ein Zug nach Neugentwo. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Was? Ich hab gehört, wir drei gehen irgendwann mal, wenn wir uns treffen, in Puff zusammen. Was? Nein, ich distanziere mich von dieser Aussage, um Gott beschlimm. Dann schlepp ich das Barsch mit. Ja, dann schleppst du halt... Was? Du warst schon eingestimmt damit. Erstmal morgen berichten, was er davon, von dieser Idee dann hilft. Nein. Auf jeden Fall... Ein Puffpichu! Ich geb dir gleich mal ein Puffpichu! Alter! Aaaaaaah! Ein Puffpichu! Hm, ich geb dir gleich mal ein. Nicht so, aber Puffpichu mein ich damit, dass du halt da hingehst. zum gucken nicht dass du da aktiv ich will da nicht mit rein ich zieh dich mit weißt du was ich eingebe bei amazon teleskop mäppchen und was krieg ich wo ich dann das m geschrieben habe teleskop masturbator ja ist das ein teleskop oder was ich weiß gar nicht wissen ich bin für immer verstört wenn ich teleskop wenn ich teleskop und dann kommt er mit nachführung mit starb magnet starb mit nachführung mit handy halterung ich bin verwirrt das ist okay ja sie ist teleskop masturbator dinge hast du mal kurz angeguckt und ich jetzt weiß ich was du meinst aber es ist was anderes gedacht ich bin echt versteht wird es seit über einem monat auf offline gestellt ja und ich danke gerne ich habe nur benacht nach teleskop mäppchen das ist die die nennen sich so liegt das ist ich bin verwirrt ich habe es geschafft ich habe dich verwirrt bekommen alles gut ich weiß nicht was ich gerade sagen soll ich bin verstört warum ist meli jetzt verstört das weißt du ganz genau warte mir hier gleich verreckst weil ich nicht so der unschuldsbolzen bin wie du gedacht hattest du bist definitiv nicht der unschuldsbolzen das ist mir jetzt mehr das wird mir langsam immer klarer dass du es vom tag einzig gemerkt hast wie ich eigentlich ähnein hab ich auch nicht oder ich wollte es nicht wissen ich wollte nicht wissen oder ich mir macht mir das nicht ein kleiner und schuldiger mh und kann sein ja hm bin ich aber nicht ich bin ein ganz I'm a naughty boy du bist ein ganz komischer emo gar nicht doch du 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 was tut er so gut los barsch was du riechst nach los bauch ich weiß nicht nur das paar schrieche dann könntest du mal mit dem kack aufhören wir verreck ich immer als erstes lauf einfach weg ich bleibe hier an dem gem ok keine freunde der mag nicht er lässt mich in europa anscheinend ich glaube er will nicht mit dir befreundet sein ich habe einen freund gehangen ich habe immer noch kein heilungspot das tut aber warum bewegst du dich denn bin gegen meinen rechten träger gekommen naja das letzte runde die stream aber ich werde auch mitspielen du kannst du dich nicht du kannst du dich nicht ja du kannst du dir helfen ne 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 nach nur da nur nur nehmen Tran Chinese Da bin ich scheiße oder was? Ich gebe euch darauf keine Ahnung. Unser Teammates sind scheiße. Ich weiß. Aber eigentlich muss ich anhucken. Ja, mach auf Rennende los. Ja, mach gleich. Ja, die eine muss ich anhucken, sonst kommt sie in die zweite Stufe. Ja gut, dann mach. Die andere kannst du gerne anhucken. Was? Mach ich. Die möchte ich nicht anfassen. Aua. 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 Na, hast du jetzt erzürnt? Ich glaube, er wollte mich nur auf den Boden hauen, damit er Punkte bekommt. Da bist du. Da bist du. Okay. Bei mir hat da bist du hier ja auch… hier. Was auch mal. ich glaube da will ich wieder auf den boden ich habe ihn dann treten lassen mit dem auf dem boden dann nehmt er mich hoch dann lässt er mich freimackeln so sieht es aus als zwei hex totems möchte ich heilen ja ne komm halt kurz mit geht schneller ich werde von au ich werde von zwei attraktiven damen die sich niemals als krankenschwester ausbilden lassen sollten du hast mich erzürnt warum ich habe ich denn jetzt schon wieder gemacht ich bin ich bin komm her ich heil dich mensch meine herren ich habe gerade acht mal geblendet fünf mal vier mal ich habe mir das gerne sehr sehr viel geblendet ich weiß nicht warum aber ich will einen gartenzwerg warum wirst du ein peter garten zwerg bestimmt so was bei wo jetzt gibt es da gibt es sowieso jeden jedes zeug von a bis sechs spielzeug ja genau so kann man das so gesehen sagen ja aber machen wir uns jetzt so als beste ja das sowieso das ist also muss ich sagen definitiv ja ich konnte glaube ich diese schnattern ich wollte es versuchen können ja warum setzt du dich immer an diesen scheiß gen wenn ich fast fertig bin weil ich vorher die kiste öffnen musste man beschwerst du dich sind doch weniger blutpunkte für mich mehr hat was unsinnig von links ins orga haupt ja das sind diese komischen stimmen da bitte okay sonst genau ich da Okay. Puncta! Ich hab's raus, er soll herkommen Okay, dann haben wir noch schnell. Guck mal, so wird eine normale Runde zu einer Farmrunde. Ja. Ich habe nur die Taschenlampe abgeschnitzt. Habe ihn keine Ahnung wie oft geblendet, sodass er jetzt schon keine Augen mehr hat. Ich soll ja bestimmt immer Zimmer gewendet oder so. So, ich gehe raus, komm los. Ah, ich bin nicht fertig, schnell. Spätesteilen habe ich auch noch Punkte gekriegt, juhu. Ja, das wäre ein Endgame Collapse. Danke, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und ich habe trotzdem weniger Punkte als ich. Nee, das Stream, keine Ahnung. Ich würde sagen, entweder morgen Abend oder Samstag. Oder Freitag. Kommt auch, wann wir nicht los haben. Bye-bye. Ja. So. Ich bin fertig. Wow. 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 So, und ich spiele noch eine Runde und dann auch. Dann spiele ich aber noch weiter. Okay. Okay. Ja, ich möchte nur auf Prestige kommen. Erstmal muss ich es anmachen. Habe ich so ein Schlitter der Endgame oder habe ich die Sachen? Ich habe das schon lange. Letztens habe ich nämlich auch heute gesprungen. Habe gerated? Ah, das Stream, die hieß mal für gute 10 Minuten. Ja, das hatte ich letztens auch. Keine Ahnung, was da los ist. Und ich habe nur Bullshit gelabert. Habe ich das View die gelöscht? Nö. Warum nennt das nicht? Da habe ich es irgendwie vergessen. Jetzt ist es mittlerweile schon automatisch gelöscht worden. So, ich habe noch vier Blutpunkte. So, ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Mach schon mal bereit. Dann kann ich in eurer Zeit Blutpunkte ausbinden. Juhu. ector, du, 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 du. Du, du, du. Und du, 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 du. Und du, 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 du dich, du, du. Okay. und 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 Taschenlumpengaming Und da, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung Entschuldige Peaches, da bin ich auch wieder, was ich gerade sagen Entschuldige Schnecke Ich habe solide 36 Taschenlumpen Tut mir leid, Peaches, oh mein Gott Aber später, wenn du einfach noch ein DVD hast, kannst du mir gerne bei Battlefield zugucken Oh Gott, sorry, heute echt nicht mehr Ja, würde ich gerne, dann lass uns jetzt noch die eine Runde machen und dann kann man ja auch machen Ja, wenn ich, wenn ich das Prestige in der Runde schaffe, bin ich gezwungen noch eine zu machen Wie viele Prestige hast du, wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin fast fertig mit 49 Okay, oh, Entschuldige Schnecke Es tut mir echt leid 50 bin ich glaube ich gerade Dann guck doch nach, dass man das hat Es tut mir leid Nächste Woche gibt es Leinwände im Lidl Ja 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 Ähm Hör ich wieder Hardstyle? Yes Ja Ich schick dir mal zwei vom Grafiktablet Aber ohne irgendwie Linien Und also ohne Linienkorrektur Und Einmal ganz Äh Und mit Papier Guck ich mir dann gleich an Mhm Kann ich doch jetzt Mein Handy ist an der Lade Hm Das ist natürlich miese Krise Ich hatte sieben Prozent Okay Äh kleine Warnung ich bin echt nicht gut überführt Ist doch egal Aber ich hab Spaß Aber ich hab Spaß Ah siehste Ja Mhm Ja Einen Man ich hab immer noch eine Line ausdenken Oder irgendein Geräusch Was ich am Anfang von jedem Stream mache Das macht er. Na, müde. So langsam, aber sicher. Ich bin resistent gegen die Familie. Achja, ich hab wieder Täuschelampengaming. Und ich hab direkt heartbeat. Tuplerona. Och ne. Und wir haben einen Namen, ein Team heißt Banken, der die heißt. Ne, ist nicht, ist nicht, ist nicht Tuplerona. U. Ähm. Blythe. Blythe. Oh ja, süß. Das war kein Enkel. Blythe. 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 Vielen Dank. Au! Hast du eins auf den Deckel bekommen? Ja, natürlich. Ah, der Tunnel. Ich hab das so verkackt. Ich hab das getroffen. Warum wurde ich langsamer? Hä? Warte, ich mach den Jen weiter. Du bist so ein blöder Pisser. Hä? Ich glaub du schwimmst grad noch. Ja, ich weiß. Au! Lass die Gewalt raus! Beleidigen! Spuck ihn an! Äh! Das geht so. Du musst immer in die Augen schwimmen. Was? In die Augen? In die Augen. Augen aufreißen, so schön nach oben klappen, die Haut und dann reinsprungen. Also richtig so, vorher noch so richtig hochziehen, weißt du? Dankeschön. Kannst du mich heilen vielleicht? Ne, ne? So. Ich höre Musik. Ein Musiker. Oh, Alter, woher weiß? Schade. Oh ja, der hat ihn komplett runtergetreten, ey. Oh ja. Bad Operation. Operation. Au! Schlag mich! Los! Schlag mich! Schlag mich, du Wichser! Das hast du jetzt gesagt. Komm, ich bin lieb. Ach, dann halt mich. Ja, ich merk schon. Er will keine Freundschaften sein. Und Vittorio, verstehe ich nicht. Lasst mich hängen, ihr kommt da nie bis zum, bis... Ihr kommt da nie lebend zu mir. Aber ich kämpfe, da gibt's Punkte. Ah, excuse you? Excuse me, BTF. Excuse you? Ich konnte nicht blenden. Der hat lightborn. Nein, hat er nicht. Der starb wohl der kleinen, und danach wurde er wieder groß. Hä? Das klingt jetzt gerade ein bisschen wirt. Halt durch, ich komme zu dir. Toll. Krabbelst du mich vom Haken oder was? Ich kürze so lange deine Füße, dass du runter vom Haken fliehst. Tschüss, Emo. Emo, hast du gehört, nächste Woche gibt es Leinwände? Hä? Hä? Lein, ne? Leinwände. Oh. Das ist auch so eine Leine, da muss ich ans Fressnapf gehen. Zwei Euro. Ne, warte mal, Quatsch. Was kostet eine Gurke? Ich habe, ich möchte eine Gurke. Ne, das sind Tomaten. Chicorée. Ach, das ist eine Zucchini. Das ist aus wie eine Gurke. Ha, 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 ha. Fail, ey. Nee. Das heißt nicht. Er hat nur Zeit rausgezögert, sodass er mich nicht auf 4% machen kann. Was hat der denn für ein Agro-Problem? Okay. Da geht sich jetzt auf ein Sieg ein Wursteln, ey. Ein Wursteln? Ja. Die Banane würgen. Fünf gegen Willi spielen. Das würde ich gerade sagen. Okay, oder wenn es eine Dame ist, dann, ne? Geht sie sich bevor ich... Äh, Barbecue und Chili überladen, tödliche Verfolge. Oppression. Oppression. Depression. Depression? Ja. Depression. Okay. Emo hat also Depressionen. Okay. Rappi, ja. Hast du es jetzt geschafft, dein Prestige? Was hast du denn? Meine Mama fährt seit einer Woche. Meine, meine Monster-Energies durch die Buren, durch die Gegend? Ah, schön. Ähm. Alles klar, Emo. Bist du denn das Prestige? Ach ne, kannst du mir einfach nicht sagen. Kannst du mir einfach nicht sagen? Ja? Nee. Ich läd's. Gott, immer diese... Blutnetz. Blutspritzer. Mhm. Und, 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 und? Müssen wir noch... Müssen wir noch ne Runde? Aber fast. Falsch! Hat noch 596 Blutpunkte über. Na gut, dann machen wir noch ne Runde. Nein, ich bin noch 596 Blutpunkte über. Ach so, ich dachte dir fehlen noch. Entschuldigung. 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 Ob ich für 500 eine Runde mache. Ich bin Bronze 2, Fortschritt 1. Ich wäre aber fast Level 46. Bronze 4, Fortschritt 2. Ich hab wieder einen verloren. Yay. Ich bin mal vor Melly. Wow, wie lange hält das nur an? Weiß ich nicht. Bist du mich wieder überholt? Das gar nicht. Du hast grad aktuell so'n... ...so'n Lauf. Alter, 3 Euro für so ne Gurke. What the fuck? Naja, du hast auch ne andere Gurke. Oh, Emo, ne Gurke zum Essen. Naja. Ja, nein. Nein, bitte sag es jetzt nicht. Sprich es nicht aus. Bitte, tu mir den Gefallen. Okay, 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 okay. Danke. Ich sag nichts. Dankeschön. Ich sag nichts. So, ihr Lieben, das war jetzt das verstörende Ende von unserem Dead by Daylight Stream. Danke, Emo. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann... Mal gucken, was morgen gestreamt wird, weil ja morgen Terraria ausfällt. Morgen Abend Dead by Daylight. Wieder Dead by Daylight? Okay. Gut. Gut. Tschaui. 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 Tschaui.